SMS Thetis war eine englische Segelfregate, die am 12. Januar 1855 im Tausch gegen die Radavisos SMS Salamander und SMS Nix von Preußen erworben wurde und danach in der preußischen Marine, diente. Zum Jahreswechsel 1859-1860 brachen die Thetis, die Frauenlob und die Akona von Rio de Janeiro aus zu einer Asienreise nach Japan auf, welches sie im Spätsommer 1860 erreichten. Die Thetis wurde auf dieser Reise von dem späteren Vizeadmiral Jachmann kommandiert, während das Geschwader vom Kommandanten der Akona, Kapitän zur See Henrik Ludwig Sundewall, kommandiert wurde. Am 2. September 1860 geriet das preußische Geschwader vor Yokohama in einen Taifun, in dem die Frauenlob mit allen 47 Mann ihrer Besatzung verloren ging. Der Rest des Geschwaders setzte seine Reise fort. Von Japan ging es nach Shanghai in China, über Südafrika erreichte man nach zwei Jahren wieder Danzig. Ab 1866 wurde die Thetis als Artillerieschulschiff und als Wachschiff vor Kiel eingesetzt. Am 28. November 1871 wurde die Thetis aus der Liste der Kriegsschiffe gestrichen und danach als Hulk verwendet. 1894 wurde sie dann endgültig abgewrackt.